Wir kennen Bürgert bereits aus diversen Applikationen mit Ventil, haben aber jetzt am Messestand auch über die verschiedenen Möglichkeiten für Applikationsentwicklung abseits dieser ganzen Ventil-Thematik Informationen bekommen und wir finden es eigentlich sehr spannend, hier in dem Bereich auch mit Bürgern zusammenarbeiten, weil hier durch diese Kompetenzmaschine, die ja hier am Messestand sehr toll präsentiert wird, auch viele interessante andere Aspekte beleuchtet haben. Die Kompetenzmaschine repräsentiert eine tailor-made Solution für den Kunden, die ist representative von alles, was wir tun haben. Die Lösungen, die wir für sie bauen, diese Werte und diese Erfahrung sind zurückgebracht in R&D und in die Produkte für morgen. Unsere Klienten können uns mit uns über unkonventionelle Lösungen sprechen, nicht nur die standard, everyday, run-of-the-mill Produkte, die alle anderen deliveren. Sie können uns mit uns über ihre Lösungen kreativ zu lösen. Systemlösungen bieten dem Kunden Mehrwerte durch Funktionsintegration, Reduktion des Bauraums, vollständig getestete Key-Turn-Lösungen, die direkt beim Kunden eingebaut werden können. Damit diese Lösungen entsprechend der Kundenanforderungen erstellt werden, ist eine gemeinsame Entwicklung dieser Systeme notwendig. In einem integrierten Projektteam erarbeiten wir in unseren weltweiten Systemhäusern und im Systemhaus-Netzwerk Lösungen, die dem Kunden entsprechende Mehrwerte in seiner Anwendung bieten. Auf der Hannover Messe 2017 möchten wir Ihnen gern unsere Geräteplattform EDIP oder Efficient Device Integration Plattform vorstellen. Wir befinden uns in der vierten industriellen Revolution, wo viele Prozesse digitalisiert werden. EDIP ermöglicht eine intelligente Vernetzung von allen Bürgert-Prozessgeräten. In einem EDIP-Netzwerk adressieren sich die Geräte automatisch. Unsere Feldgeräte tauschen untereinander sowohl Prozessdaten als auch Diagnosedaten aus. Auf der Messe dieses Jahr präsentieren wir verschiedene EDIP-Geräte. Eins davon ist die neue Ventilinsel Airline und Airline Field. Mit EDIP haben wir für unsere Kunden eine einheitliche Geräteplattform geschaffen, die diverse Möglichkeiten bietet. Zum einen eine schnelle und einfache Inbetriebnahme durch den reduzierten Parametrierungsaufwand und eine intuitive Benutzerschnittstelle. Was wir hope, ist das, dass wir die Produktionsbewerb-Berketter benutzen, um den Luftflug in eine Central Heating-HVAC-System in einem britischen Hospital und dann das aus der Brainboxen und senden die Informationen zu der Cloud, damit die Mitarbeiter in den Hospitalen können kritische Feedback auf die Systeme die wir benutzen können, um die Air Conditioning zu kontrollieren. Was sehr wichtig ist, dass Sie die Supplieren face-to-face und Sie kennen sie, um sie zu entwickeln, eine reliable, freundliche Verbindung zu haben. Wir sind eigentlich nicht in den Industriellen applications. Wir sind in den Mobility-Business. Wir bauen ein Trailer für Behind-the-Bus, auf Formic Acid, oder Hydrazine, als wir es sagen. Ich bin von einem Studenten Team, ich bin nicht von einer Firma. Wir haben Kontakt mit Burkert, und Burkert hilft uns finanziell, aber auch mit Knowledge. Wir benutzen die Gas- und Liquid-Systeme von Burkert, und ich denke, es ist die Teil der Systeme die schafft unsere gesamte Projekt.